Was ist dir wichtig? Mit einem einzigen Funken kann etwas Neues entstehen. Stell dir vor, du kannst selbst grüne Energie erzeugen und Strom mit deinen Nachbarn, deiner Familie und deinen Freunden teilen. Wenn uns etwas wirklich am Herzen liegt, können wir alles erreichen. Weil jede Veränderung mit einer kleinen Idee beginnt, müssen wir zusammen an Lösungen für unseren Planeten arbeiten. Denn manchmal braucht es nicht eine einzelne Person, sondern eine Gemeinschaft, die füreinander da ist. Eine Gemeinschaft, die heute schon an morgen denkt. Durch viel Ehrgeiz, Innovation und Mut können kleine Ideen wachsen. Starte heute deine Energy-Community. Du bist die Zukunft der Energie. plantet аб Flach Zeid vele